herzlich willkommen zu einem neuen shop video heute kommt der nächste shop und ich würde mich auf jeden fall freuen wenn euch die videos hier gefallen dass ihr ein abo da lasst weil mein ziel ist bis end des monats die 100 abonnenten zu schaffen wäre auf jeden fall ein riesiger support und ich würde mich mega darüber freuen deshalb schreibt doch gerne oder lasst gerne mal ein like da und schreibt gerne feedback in die kommentare und jetzt schauen wir uns den item shop an wir haben heute hier den bravo team anführer dass die weibliche version von diesem anderen skin den sie auch schon gab hier drin des backpacks sieht auch ziemlich nice aus beim anderen skin war das ja so ein rundes backpack ist auch eher aktiv es leuchtet wahrscheinlich mit der zeit immer mehr der skin an sich hat auch zwei verschiedene stile eine mit und eine ohne helm beziehungsweise ohne kopf bedeckung ist auf jeden fall ganz leiser skin nicht kann sich auf jeden fall kaufen ja als nächstes haben wir dann die taktik schläger ist wieder eine doppelte spitzhacke ganz coolen sound sieht auch ganz nice aus nur 500 wie bugs sind auf jeden fall vollkommen in ordnung dafür aber die einsatzmuster lackierung finde ich tatsächlich sieht ganz nice aus ist allerdings nicht animiert deshalb jetzt nicht die allerbeste lackierung dann haben wir hier die verwiegenden du landen nicht ganz echt nice skin hat auch mit zwei stile ohne und einmal mit maske ohne maske finde ich den skin besser sieht aber cool aus die farben gefallen mir auch das backpack mit den zwei also zwei fechten wie auch immer man das nennt der fechtstäbe ja sie durften für ganz nice aus dazu gibt es noch den funken sind als schwitzhacker sieht eigentlich echt ganz nice aus der sound gefällt mir auch ja ist nicht schlecht dann habe ich hier die einsatzleiterung das immer die weibliche version von bravo team anführer beziehungsweise das die männliche version von dem skin der war ja schon eine lange zeit früher drin hier mit dem backpack das auch reaktiv und ich glaube ich erfüllt sich die leiste immer mehr auf umso mehr erinnert die farbe abhängig vom schaden den neuen gegnern verursacht das heißt umso mehr schaden man macht desto stärker leuchtet das ist auf jeden fall ganz nice und das kind an sich gefällt mir auch sehr gut finde ich etwas cooler als die männliche version hier kann man auch wieder die maske abnehmen vielleicht ganz cool aus kann man sich auf jeden fall kaufen dann habe ich hier tanz spagat auf jeden fall ganz nette musik und die moves gefallen mir auch ist in ordnung dann aber die magischen schwingen ich hätte mir mittlerweile nicht mehr gekauft weil sie jetzt echt nicht allzu cool finde das sehen ganz nett aus ist jetzt aber auch irgendwie für den epischen kleider hätten man auch mehr erwartet beziehungsweise entspielt oder so fast nur die regenschirme und da brauchen nicht mehr noch mal extra gleiter dann aber die spektral hacke ist immer eine klassische spitzhacke allerdings mit so einem coolen effekt hier drauf das alles leuchtet und ein bisschen aussieht wie so beim galaxy skin ist ganz nett ich finde man hätte sie auch grün machen können aber ist in ordnung dann habe ich ja staub von schultern ist auf jeden fall ganz nice im boot als letztes haben wir noch ein schwarzer ist ein sehr cooler skin gefällt mir auf jeden fall wurde fort mal wieder ganz kurz klein gemacht so ist auf jeden fall ganz nice das kind kann sich auf jeden fall kaufen dann schauen wir noch mal kurz in den rette die welt modus rein heute wird ja wahrscheinlich auch das update kommen sie haben zwar geschrieben dass ein paar fehler gab allerdings hoffe ich dass trotzdem dann nur später am tag kommt wird ja mal schauen so rette die welt shop haben wir heute ein waffen lama für eine epische waffe ich meine mit spielten fast nur liegen wäre waffen und dafür dann noch mit seiner tbox ausgeben ausgeben lohnt sich nicht da kann man sich auch lieber hier im item shop waffen kaufen da die super shredder und die rattra deutlich besser sind als die waffen die dort drin sind das war's mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten video